moin zu fortnite kommen wir jetzt nun zu der sechsten woche herausforderung hier mit den sieben fröstel zwergen hier direkt neben happy hamlet haben wir hier den ersten zwerg sehr schön so der nächste fröstel zwerg befindet sich hier neben dem baum hier unten bei shifty shaves er müsste da sein armin so der nächste zwerg befindet sich dann hier hier diese wikinger dorf ist armin als nächstes haben wir hier den vierten zwerg hier von dem wikinger dorf wo wir vorher waren gehen wir jetzt hier rüber zu unter tilte towers da ist er so der nächste zwerg befindet sich hier unten bei dieser höhle zwischen fossil flights und happy hamlet da sollte die eben halt hier in dieser eishöhle hier unten runtergehen und dann hier da an der linken seite der treppe hier findet ihr den fünften zwerg sechste zwerg befindet sich hier bei dieser insel nördlich hier so in den bereich hier so da solltet ihr hingehen hier haben wir die hütte den zwerg polar peak und da haben wir den letzten zwerg der volski dann danke ich auf jeden Fall fürs zuschauen leute und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und haut rein und bis zum nächsten mal Vielen Dank.